Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video und ja, es sieht absolut beschissen aus. Bitcoin unter 20.000 US-Dollar. Wir haben unseren einerseits Trendbruch gesehen, wir haben Lower Low gesehen, das heißt der Trend ist jetzt endgültig gebrochen, das Thema ist durch. Alle Trades sind jetzt geschlossen, gehe ich jetzt auch gleich nochmal drauf ein, wieso, weshalb, warum und was ich gestern nochmal für einen Fehler verbockt habe. Auch dazu werde ich mich nochmal äußern und wir gucken mal dran, was heute Nacht alles passiert ist, denn es ist einiges passiert. Deswegen würde ich sagen, verschwenden wir nicht zu viel Zeit. Lasst dem Video wie immer gerne einen Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinjoinen, da habe ich dann auch gestern nochmal dazu geschrieben, dass ich alle Trades vorher geschlossen habe. Also kurz vor dem Livestream nochmal alles dicht gemacht habe und dann aber im Livestream nochmal einen neuen aufgemacht habe. Der ist mittlerweile auch ausgestoppt, das war Gamble, das hat nichts mit Traden zu tun im Nachhinein. Aber gut, auch die Fehler muss man eingestehen und natürlich auch gerne den Zweitkanal abonnieren. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir direkt rein, Bitcoin bei 19.900 US-Dollar. Wir sind hier auf dem Binance-Chart unterwegs, einfach weil es mir heute ein bisschen mehr um die Liquidität liegt. Wo liegen die nächsten Liquiditätscluster, die wir uns abholen könnten? Wir haben gesehen gestern, es hat eine richtige Welle losgetreten. Nachdem wir einerseits diesen Trendbruch hatten, hatte ich noch die Hoffnung, okay, wir machen hier halt bei ungefähr 21.600 bis 21.300 US-Dollar. Auch diesen Support haben wir verloren. Wir hatten den Daily Clothes dort deutlich, deutlich drunter. Wir hatten sogar unter diesem Low, was wir hier drunten hatten, bei den 20.400, den Daily Clothes. Ganz, ganz bearish auf jeden Fall. Jetzt haben wir uns die Liquidität hier in diesem Bereich nochmal, wo unser CME Gap bei den 19.900 US-Dollar lag. Das ist diese blaue Linie, auch nochmal geholt. Und jetzt scheinen wir uns hier zumindest auf dem Daily-Timeframe erst einmal zu stabilisieren. Jetzt gehen wir mal in den 4-Stunden-Timeframe. Dort sieht es nicht so gut aus. Das ist eine riesige Abverkaufswelle. Natürlich auch mit einer Menge, Menge Volumen. Das wird früher oder später nochmal nach oben hin wieder aufgefüllt. Trotzdem, momentan spricht nichts dafür, hier in irgendwelche Long-Positionen reinzugehen. Das könnte jetzt hier die dritte Abverkaufswelle gewesen sein. Wenn wir hier die 1 haben, dann die 2 und jetzt die 3, ist zumindest jetzt momentan ein bisschen die kleine Hoffnung. Wir schauen uns jetzt gerade mal an, was ist heute Nacht passiert. CZ von Binance hat es ein bisschen zusammengefasst. Silicon Valley Bank hat ein bisschen Probleme. Auch da ist der Börsenkurs deutlich nach unten hingegangen. Das sieht man auch beim Nasdaq im Chart. Dann gibt es ein Urteil gegen KuCoin, was auch noch passiert ist. Das Weiße Haus will 30% Steuern auf die Mining-Elektrizität machen. Die Frage ist, ob er damit durchkommt, weil Repräsentantenhaus ja auch nochmal was dagegen hat. Viele, viele News da noch dazu. Huobi-Token, Flash Crash. Da ging es auch ordentlich nach unten. Andere Krypto-Preise sind auch ein bisschen nach unten hingedippt. Wobei wir da auch nochmal ganz kurz danach drauf eingehen, weil manche Coins kaum gedampft sind. Sehr, sehr verwunderlich. Bitcoin crasht und manche Altcoins sind einfach an ihren Leveln geblieben. Also sehr, sehr interessante Bewegungen, die wir hier auf jeden Fall im Markt haben. Im 4-Stunden-Timeframe. Wie gesagt, wir befinden uns jetzt momentan einfach in einer No-Name-Zone meines Erachtens nach. Wir sind jetzt einfach momentan da drin, wo einfach nichts zu machen gibt. Wir schauen mal ganz kurz das eine Fit-Level von unserem, sag ich jetzt mal, Pump-Beginn bis zu unserem Top. Da haben wir jetzt das Golden Pocket erreicht. Wir sind in die 19.755 US-Dollar-Region gekommen. Man sieht es hier, genauer Dip momentan da drauf. Das Problem ist einfach, einerseits wir haben den S2 bei 19.300 US-Dollar. Wir haben das 0.65er auch noch in der Region um 19.500 US-Dollar. Und noch zwei wichtige Liquiditätszonen. Die liegt einerseits hier eben bei den 18.400 US-Dollar. Das war dieser Wig, den wir hier drüben hatten und auch hier in der Vergangenheit immer wieder Unterstützung hatten als Support. Das ist für mich momentan, abgesehen vom Golden Pocket, das wahrscheinlichste Szenario, dass wir hier einfach nochmal rein dippen könnten in diesem Bereich bei 18.200 US-Dollar bis 17.900 US-Dollar. Das ist so diese Marke, wo ich jetzt ein bisschen mehr im Blick habe momentan, weil ich jetzt auch nicht dachte, dass wir so schnell nach unten hin ballern. Aber wie gesagt, Golden Pocket hält nach dem jetzigen Stand erst einmal Stand trotzdem. Wir haben noch ein 7-E-Gap bei 16.900 US-Dollar. Das sollten wir vielleicht auch nicht unterschätzen, würde ich jetzt aber auch nicht zu hoch gewichten. Aber jetzt im 4-Stunden-Timefilm und auf dem Daily-Timefilm würde ich jetzt momentan in keine Trades reingehen. Wir haben zwar eine 1-Stunden-Bullish-Divergence auf einen 1-Stunden-Chart, aber nach so einer Abverkaufswelle, die hatten wir hier oben schon, jetzt auch hier, klar, RSI deutlich überverkauft. Wir sind hier bis auf 8 oder 9 hier unten in die Tabelle runtergekommen. Ist es trotzdem jetzt kein Anzeichen dafür, dass wir jetzt nach oben ballern könnten. Ich werde an diesem Level momentan noch keine Bitcoin auch akkumulieren. Ich bin zwar am Überlegen, auch wenn ich es gestern gesagt habe, nein, vielleicht nochmal einen kleinen Teil zuzuschustern. Aber nach momentanem Stand bin ich davon erst einmal weg. Wie könnte es weitergehen? Wichtiger, wichtiger Punkt. Wie gesagt, ich werde jetzt erstmal keine Signale oder sonstiges traden. Ich werde mich jetzt auch erstmal ein bisschen davon Abstand halten. Die Liquidität geht langsam raus. Wir haben aber auch gestern schon gesagt, ja, hier Abverkaufsvolumen nimmt ab. Auch hier hatten wir das dann in der Fall. Es hat dann aber wieder deutlich zugenommen, natürlich auch durch Long-Liquidationen, die wir hier in diesem Marktbereich hatten. Ich kann mir vorstellen, dass wir das 0.65er-FIP-Level bzw. diesen S2 hier nochmal im Laufe des Tages anlaufen. Das heißt, die 19.300 bis 19.500, das wäre dann so dieser kleine Cluster, den ich mir überlegen könnte, hier eine kleine Long-Position zu eröffnen. Nach jetzigem Stand werde ich das aber nicht tun. Wir haben nämlich hier, wenn man hier ein bisschen in die Vergangenheit zurückscrollt, auf einen 1-Stunden-Timefilm noch ein riesiges Void, was es hier zu füllen gibt. Auch von der Liquidations-Candle haben wir zwar jetzt die größte hier gefüllt, aber wir haben hier unten schon noch ein paar Candles, die es noch zu füllen gibt. Also da spricht nichts dagegen, dass wir doch nochmal ein bisschen tiefer gehen. Sogar, wie gesagt, eben in diesem Bereich der 18k US-Dollar. Einfach aufgrund auch dieses Riesen-Voids und so. Also wir sind jetzt momentan, wie gesagt, in einer fetten, fetten Zone, wo es wirklich drauf ankommt. Entweder stabilisieren wir uns oder wir machen nur eine kurze Pause und ballern hier nochmal Richtung 18k. Und 18k ist dann ein bisschen eher die Resonanz, die ich erwarten würde. Also wie gesagt, momentan sieht es einfach nicht gut aus. Sollte eine Erholung stattfinden, dann wahrscheinlich Maximum, wenn wir uns hier das kleine Fib-Level dazuziehen, in Richtung 21k. Beziehungsweise maximal 21,5 hier oben, um, sag ich mal, die Ineffizienz zu füllen. Und wenn wir jetzt noch auf den Traders-Reality-Indikator noch dazuschauen, sehen wir auch, dass wir hier oben noch einige Vector-Candles haben. Das heißt, ich sehe, momentan sollte eine Erholung stattfinden. Wir sehen maximal die 21,5, bevor wir dann möglicherweise nochmal einen größeren Abverkauf entweder in Richtung Golden Pocket, also Richtung 19.400 US-Dollar sehen. Oder sogar Richtung 18.000 US-Dollar. Also ihr seht schon, ich bin auch nicht wirklich begeistert, was die Charts momentan anbelangt. Aber gut, man muss das Beste daraus machen. Deswegen blicken wir jetzt gerade nochmal auf Ethereum. Wir haben auch hier jeglichen Support durchbrochen. Blick auf den Daily-Time-Frame, um das mal ganz kurz deutlich zu machen. Wir haben gestern im Daily nochmal darüber gesprochen, oder im Livestream besser gesagt, dass Ethereum stärker aussieht als Bitcoin. Das hat sich jetzt auch ein bisschen revidiert. Wir sind auch deutlich, deutlich abverkauft worden. Das nächste Ziel, was ich hier jetzt erstmal sehe, sind die 1.384 bis 1.395. Einfach hier, weil die Liquiditätszone ist. Wir haben aber auch nochmal ein größeres Liquiditätscluster hier unten bei den 1.322. Und das wäre, wenn wir jetzt dieses ganze Ding weiterspielen, momentan eigentlich das sinnvollste Szenario. Persönlich finde ich, lieber gleich darunter die ganzen Voids, die ganzen Supportzonen füllen. Und dafür dann, sag ich mal, einen schönen Bounce nach oben hin sehen. Jetzt ziehen wir auch mal hier ganz kurz das FIP-Level von einerseits dieser gesamten Bewegung. Da seht ihr auch, okay, es würde sehr, sehr gut mit dem Golden Pocket von dieser gesamten Aufwärtsbewegung passen. Ziehen wir jetzt das FIP-Level nur so vom Pump-Beginn her. Dann würde sogar der Bereich 1.376 bis 1.357. Aber ihr seht, diese Region hier unten wird sehr, sehr entscheidend sein. Wir haben hier unten eine Daily-Demand-Zone. Wir haben die gesamte Aufwärtsbewegung. Wie gesagt, das FIP-Level liegt hier unten bei den 1.310 US-Dollar. Das wäre für mich jetzt erstmal der nächste wichtige Bereich, wo es auch für mich persönlich hingehen sollte. Und dann lieber einen Bounce hin. Ich glaube nicht, dass diese Zone hier bei den 1.388 hält. Dann eher dieser Bereich 1.352 bis 1.300 US-Dollar. Das sind die nächsten Zonen, die ich jetzt erstmal mal im Blick habe. Vorher kann es gerne nochmal deutlich, deutlich weiter unten hingehen, dass wir irgendwo in dieser Region einen Bounce sehen. Und dann uns ein bisschen recovern. Was macht es, wenn wir jetzt das Traden würden? Können wir uns auch mal ganz kurz angucken von dieser Zone aus. Wären es ungefähr 3,72%. Es ist nicht wirklich viel. Ich würde diesen Trade sogar eingehen. Aber dann auch nicht einfach hinterher rennen, sondern uns wirklich dann im Endeffekt die Reaktion an dieser Zone dann erstmal anschauen. So, dann würde ich gerne nochmal ganz kurz auf ein bisschen die Altcoins angehen. Und zwar vor allem DYDX haben wir uns ja angeschaut. Hat die Tage zuvor extrem, extrem gelitten. Und hält sich jetzt aber hier verdammt gut in unserem Golden Pocket Bereich. Also da sehr, sehr viel Stärke, was hier das Golden Pocket ausmacht. Was mich gewundert hat, nachdem ja eigentlich Bitcoin extrem abverkauft wurde und Ethereum, DYDX macht es nicht. Dann blicken wir mal ganz kurz noch auf Filecoin, weil auch hier sehr, sehr interessant. Wir haben gestern im Livestream darüber gesprochen, diese blaue Linie, hier unten liegt die Liquidität. Die haben wir uns genau gefischt momentan. Und Abverkaufsvolumen war jetzt auch nicht so dramatisch. Also auch hier könnte sich so langsam ein kleiner Boden entwickeln. Wir müssen trotzdem noch ein bisschen vorsichtig sein. Endlich wird es sich überstürzen, aber dieser Bereich klingt zumindest jetzt erstmal sehr interessant. Ich werde es auf jeden Fall mal ein bisschen im Blick behalten und euch gegebenenfalls in der Telegram-Gruppe Updates dalassen. Gut, dann würde ich sagen, ziehen wir das jetzt nicht auch zu lange in die Länge. Der Markt ist komplett rot. Wir beobachten das jetzt ganz genau. Bitcoin, wie gesagt, 18k sind drin. Darauf sollten wir uns jetzt auf jeden Fall gefasst machen. Kurzfristige Erholung bis 21,5 halte ich für möglich. Aber wie gesagt, da müssen wir jetzt erstmal die nächsten Stunden ein bisschen abwarten. Um 14.30 Uhr kommen dann auch noch die Non-Farm-Payrolls. Könnten, wenn sie beschissen auslaufen, nochmal für ordentlichen Abwärtsdruck sorgen. Also, seid gewappnet heute. Geht vielleicht nicht unbedingt in irgendwelche Trades rein. Macht nicht den Fehler, so wie ich gestern, der da hinterher gehüpft ist. Aber gut, das war relativ klar dann so nach einer Stunde. Ja, auf jeden Fall war es das von meiner Seite. Ich würde sagen, wir hören uns dann später wieder zum XRP-Update wieder. Ansonsten Like da lassen, Abo da lassen und wir hören uns dann später wieder. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay crypto und nichts überstürzen.